Herzlich Willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer Part 2 Team Deathmatch auf großer Bazaar. Die Map habe ich noch überhaupt kein einziges Mal gespielt und das, obwohl ich gestern schon ziemlich lange gezockt habe, gestern Abend nur, die Nacht durch. Aber diese Map kam nicht. Mal gucken wie sie ist. Ich bin gespannt. Aber ich spiele mit der M16A3. 4, 3, 2, 1 und los geht's. Ja, das war schon mal scheiße. Also dieser Spawn, das war für den Arsch. Man kann nicht so nah aneinander gespawnt werden. Das darf nicht sein. Also, das war echt uncool. Woher kommt der Schnee da von hinten, ey? Ist ja auch die M416. Haben wir spielst mit der M4A1 dann? Wenn ich jetzt noch einmal ein Level, naja Level kann man das ja hier nicht nennen, also so ein, ich sag mal, Rang hier ab, äh, hochgehe, dann habe ich nämlich die SKA1. SKA1, SKAH. Also Team Death, wow, fuck man. Scheiße, Tuba. Team Death heißt, macht mir zur Zeit am meisten Spaß hier bei Battlefield, weil da geht die Action einfach übelst ab. Da sind die Maps klein gemacht worden, also nur so ein ganz kleiner Bereich von den eigentlichen Maps. Und dadurch hat man so richtig fett Action hier, also das geht echt übelst ab. Hahaha. Das du kannst gar nicht schon lange, ja, mit der RPG, du. Kann ja auch. So. Alter, block mich doch nicht hier. Wir werden fett gelagelt. Wir werden fett gelagelt. Dann kommt eine Kranade, ey. Menno. Ey, das ist doch gay. Warum knallen die denn nicht den da hinten ab und bin nämlich dann erst wieder. Mal ganz, bl level. Dwof. Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht die N sew, wie ist das gut drin? Die Näste sind ja nicht nicht auf alle. Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Ja, ist klar Boah, tot Ich dachte schon, der knallt mich jetzt ab So Ich hatte schon befürchtet, dass es jetzt wieder nichts wird da eben Aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt Jetzt, zack, da sieht man richtig schön, wie er die Doctag abreißt Also richtig nice gemacht Reist also die Doctag beim Messerstich mit ab Okay, das sieht mir hier sehr nach einem Bug aus Weil was auch immer das darstellen soll Ich weiß es nicht Alter, block doch nicht, Mann Alter Weiß wie, komm, was ist da? Hilfe Oh, Mann Das wäre ärgerlich Auf jeden Fall finde ich die Map ganz cool Gut, ich bin da, mach, ich bin da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, der ist tot. Das war jetzt eine komische Szene. In den Sack, Alter. In den Sack, Alter. Ich freue mich schon richtig, wenn ich bin... Toll, ey, jetzt sind wir hier alle weggeholt. Und wenn er denn jetzt... Ja, jetzt macht das wieder, ne? Ich... Also, ich freue mich schon richtig drauf. Also, ich freue mich schon richtig drauf, mit ihm das Let's Play zu machen. Das wird sicherlich... Oh, fuck, man! Sehr viel Spaß machen. Ja, der war noch in Führung. Das war jetzt echt Glück. Es wird nur noch fünf übrig. Aber los! Da waren es nur noch zwei. Los, erledigen wir Sieg! Einer noch. Und Sieg! Dein Team hat gewonnen. Ja. 17 zu 12, das war doch noch eine ganz gute Runde. Und... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer sage ich, bis dahin, reingeschaut.